Der Biohof Bursch liegt zwischen Köln und Bonn. Ein Pionierbetrieb und eine Insel des Demeter Gemüsebaus inmitten konventioneller Betriebe. Das Hofcafé mit Mittagstisch hat Kultstatus. Ein toller Ort zum Relaxen und Genießen und zum Arbeiten. Hier hin, man bekommt alles, was man braucht. Hinter fast jedem Produkt steckt auch eine Story. Das heißt, da ist auch was dahinter und nicht nur ein anonymes Produkt im Regal. Innovativ sein heißt manchmal auch, bewährtes Wiedereinführen. Das spart Verpackung. Das ist meine Variation, deutsche Gurken und polnische Kreation. Mit ganz viel Liebe. Ein Baustein mehr für die Erfolgsgeschichte des Biohof Bursch. Die Menschen, die hier auf dem Hof sind, die arbeiten mit Herzblut hier. Wir gratulieren allen zum Bundespreis ökologischer Landbau. Die Menschen, die hier auf dem Hof er What ? Sie würden sie mit E�, vielleicht kann es sich dafür wissen, die leiten König und Böste wissen. Das war es ein Killen, diecom, in dem Hof Nationalvertoniya ¡V relax! Und Szenas Stelle auf den Job waiting. Die meisten, die wir es circles sehen,en wir uns niemals wieder zu machen. die wir als Begründet haben und zu sehen. Ich kann es weiter daunen.